Jose Marcelo Salas Melinau ist ein ehemaliger chilenischer Fußballspieler. Karriere Der Mittelstürmer Salas, Spitzname El Matador, kam bereits als 2-2-Jähriger aus Chile zum argentinischen Traditionsverein River Plate Buenos Aires und entwickelte sich dort zu einem der torgefährlichsten Angreifer. Im Jahr 1997 gewann er mit River Plate die Supercupa Sudamericana. Das Final-Hinspiel gegen den FC Sao Paulo endete dabei 0-0, das Rückspiel 2-1, wobei Salas beide Tore für sein Team erzielte. Im gleichen Jahr wurde er zu Südamerikas Fußballer des Jahres und zu Argentiniens Fußballer des Jahres gewählt. Außerdem qualifizierte sich die chilenische Fußballnationalmannschaft dank seiner Tore für die Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Nach dem Turnier, in welchem seine Mannschaft bis ins Achtelfinale vordringen konnte und Salas vier Tore erzielte, wechselte er zu Lazio Rom. Mit Lazio wurde er 2000 italienischer Meister und Pokalsieger. Außerdem gewann er 1999 den Europapokal der Pokalsieger und den UEFA Supercup, wobei er beim Sieg über Manchester United das einzige Tor des Spiels erzielte. 2001 wechselte er zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Mit Juve gewann er zweimal den Scudetto. Allerdings war seine Zeit in Turin von Verletzungen geprägt und so absolvierte er für Juventus in zwei Spielzeiten nicht einmal die Hälfte der möglichen Pflichtspiele und erzielte dabei nur eine Handvoll Tore. Nach fünf Jahren in Italien wechselte er zurück nach Argentinien zu River Plate. Ab der Saison 2005-06 spielte er wieder für CF Universidad de Chile und war Kapitän der chienischen Nationalmannschaft, die er folglos versuchte, sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu qualifizieren. Am 28. November 2008 beendete der Rekordtorschütze der chienischen Auswahl im Alter von 33 Jahren seine Karriere. Erfolge International Supercupa Sudamericana Europapokal der Pokalsieger UEFA Supercup 1999 Nationalchilenische Meisterschaft Argentinische Meisterschaft 1996-1997-1997-2004 Italienische Meisterschaft Italienischer Pokal Italienischer Supercup 1998-2000-2002 Individuelle Erfolge Südamerikas Fußballer des Jahres Argentiniens Fußballer des Jahres Rekordtorschütze der chilenische Fußballnationalmannschaft Italienischer Pokal Italienischer Pokal Italienischer Pokal Italienischer Pokal Italienischer Pokal